Damit KI-Sprachassistenzen in Prüfungssituationen auch berücksichtigt werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Vielleicht trivial, aber sehr wichtig ist natürlich erst mal die Zugänglichkeit solcher KI-Sprachassistenzen, damit auch wirklich alle Studierenden vergleichbare Prüfungsbedingungen haben. Idealerweise erwerben Hochschulen halt Campuslizenzen zu guten datenschutzrechtlich vertretbaren Tools oder sie ermöglichen den Zugang dazu über lehrunterstützende Einrichtungen wie beispielsweise Schreibzentren. Eine zweite Voraussetzung ist, dass die Studierenden die Chance haben, eine verantwortungsbewusste Nutzung dieser Tools auch einzuüben. Geprüft werden kann schließlich nur, was zuvor auch Lerngegenstand war. Entsprechende Lernanlässe können entweder in die Fachlehre integriert werden oder auch wiederum über Schreibwerkstätten Schlüsselkompetenzbereiche angeboten werden. Wichtig ist jedoch in jedem Fall die curriculare Einbindung solcher Veranstaltungen, damit auch sichergestellt ist, dass alle Studierenden diese Fähigkeiten erwerben können. Auch auf der Ebene von Prüfungsordnungen braucht es bestimmte Voraussetzungen. Hier bieten sich zum Beispiel folgende drei Maßnahmen an. Erstens ist es je nach Studiengang sinnvoll, unbeaufsichtigte schriftliche Prüfungen um zusätzliche Elemente zu ergänzen, etwa um kurze mündliche Prüfungen oder schriftliche Reflexionen. Prüfungsordnungen sollten daher kombinierte Prüfungen systematisch fördern. Zweitens empfiehlt sich der flächendeckende Einsatz von Eigenständigkeitserklärungen. Damit Sie als Lehrende passend zum jeweiligen Prüfungsarrangement wirklich wählen können, ob KI-Tools vollständig, eingeschränkt oder eben auch nicht erlaubt sind, sollte die Erklärung entsprechende Formulierungen zur Wahl stellen. Aus didaktischer Perspektive ist es zudem sinnvoll, wenn die Erklärung ausführt, dass Studierende die Gestaltung von Inhalt, Form und Sprache ihrer Arbeit vollumfänglich selbst verantworten. Die dritte Maßnahme schließlich betrifft die in den Prüfungsordnungen angesetzten Credit Points für schriftliche Arbeit. Hier sollte einerseits kritisch geprüft werden, ob der damit angesetzte Workload auch unter Bedingungen von KI-Sprachassistenzen Bestand hat, andererseits ob der Anteil der Abschlussarbeit an der Gesamtnote dennoch wirklich immer noch legitim ist. Bei allen Maßnahmen muss natürlich der Mehraufwand, der sich für Sie ergibt, an anderer Stelle ausgeglichen werden. Das kann beispielsweise passieren, indem die Länge der schriftlichen Arbeiten reduziert wird, Sie also weniger betreuen, aber auch weniger korrigieren müssen, oder indem Sie KI-Tools auch als Entlastung im Korrekturprozess nutzen, selbst wenn Sie natürlich die Note verantworten müssen.